Hallo, mein Name ist Christoph Radbruch. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Pfeifischen Stiftung in Magdeburg. Dazu gehört auch unser Kinderhospiz, in dem wir Kinder und Jugendliche und auch ihre Familien rund um die Uhr betreuen. Bei unserem Kinderhospiz ist es möglich, durch die besondere Atmosphäre eine ganz intensive Beziehung zu den Familien aufzubauen. Und dass die Familien hier einen Ort finden, wo sie sich austauschen können, wo sie sich verstanden fühlen, den sie oft draußen oder außerhalb unseres Kinderhospizes nicht finden. Hier merken sie, wir sind offen, wir hören zu und wir haben keine Angst vor dem Thema Tod und Sterben. Dank der 200.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir in diesem Jahr das erste und einzige Kinderhospiz in Sachsen-Anhalt eröffnen und einen Raum der Geborgenheit und Erholung für schwerstkranke Kinder schaffen. Gewonnen! Danke fürs Mitspielen! Ba-dau-ba-ba-dau-ba-dau-ba-dau-ba-dau